Moin Pyros, passend zum zweiten Advent haben wir von Komet das Lichterfest. Neun verschiedene Fontänen. Ich bin gespannt was sie können, ob das ja top oder flop ist. Kostet ja nur ein paar Euro ist nicht die Welt. Schauen wir uns mal an. Welche Fontäne möchtest du zünden? Mit der Starne zeig mal hier. Happy Night Classic Line. Sprüht Gold und silberne Sterne. Willst du nicht anzünden? Ja dann mach. Achso ok. Ja super. Super. Schauen wir mal. Oh ja echt schön. Ja top. Top. Such die nächste raus. Die nächste. Guck mal hier. Wollen wir die nehmen? Ja. Schauen wir uns die mal an. Was ist denn das hier kleines? Kleines aber feines. Na komm. Zwischen und raus. Zack. Oh guck mal die ist total schief. Na. So. Das ist die Victory Fontäne. Ja. Kannst du mal machen. Die Fontäne für unbeugsame Sieger. Da bin ich ja mal gespannt ob das kleine Ding kann. Ja cool. Cool. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich hab jetzt noch Bock auf die hier. Die. Die willst du erst mal machen? Was kann? Magic Fire. Kann die? Gucken wir mal. Zünd mal an. Zünd mal an das Teil. Ja. Kannst mal. Da ist die Zündsche an der Seite. Genau. Ja. Ja. Nochmal drücken. Genau. Ja. Super. Super. Schauen wir mal was das kann. Oha. Oha. Ja krass. Alter Schwede. So. Dann haben wir noch tausend Silbertaler. Bin ich mal gespannt. Zünd mal an. Normalerweise sind das Fontänen. Das war wohl. Zünd mal an. Mach mal. Genau. Super. Ja. Muss man ja aufpassen bei den Dingern. Oh. Das kommt auch richtig schön. Die sieht auch gut aus. Schönes Teil. Schönes Teil. Echt gut. Echt gut. Echt gut. Genau. Sucht die nächste aus. Also die war ja wohl völliger Reinfall. Magic Fire. Einmal explodiert das Teil. Welche Fontäne möchtest du großer? Da haben wir noch ein paar. Hier guck mal. Zeig mal her. Ich muss hier vorne die Finschnur einmal rausziehen. Warte. Zack. Silberblitzfontäne. Zack. Kann losgehen. Ja. Super. Ich finde das Set gar nicht so schlecht. Also ist vollkommen in Ordnung. So viel zwischendurch für das Geld. Ist echt in Ordnung. Goldrauschfontäne. Zünd mal die noch an. Hier. Die. Die. Ja. Goldrauschfontäne. Genau. Super. Ja krass. Kenn ich so auch nicht. Ist auch nicht so doll. Ja warte mal. Ist jetzt passiert doch was. Aber das kenne ich auch noch gar nicht. Ne. Das war es schon. So. Jetzt haben wir noch drei Stück. Drei Stück haben wir noch. Ne. Welche möchtest du? Die. 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 Das ist nochmal eine Goldrauschfontäne. Schauen wir uns die mal an. Guck wo es die kann. Na komm her. Was kann die denn? So. Das werden wir jetzt sehen. Ich kenne das Set auch noch nicht. Hier. Kannst du anzünden. Ja. Super. Super. Ah. Das ist halt so der Effekt. Ja. Aber ist auch nicht schlecht. Also die knallt richtig. Ist richtig schön hell. Hat auch was. Hier. Jetzt habe ich noch diese Silbertaler hier. Guck mal. Hier. Die Silbertaler. Das ist auch so ein fettes Teil. Mal gucken ob die mehr kann. Und dann haben wir nur noch eine hier. Ne. Zünd ruhig an. Alles gut. Dann haben wir noch die Happy Night Live. Die wir als erstes hatten. Schauen wir mal. Ja. Ja. Super. Machst du das? Kann die. Oh. Das sieht auch echt gut aus. Mann. Ja. Die ist cool. Ja. Die ist cool. Ne. Ja. Also ich sag mal so. Für das Geld ist das Set vollkommen in Ordnung. Man hat neun Fontänen. Also mal ernsthaft. Also absolute Kaufempfehlung. Meine Güte. Einer der durchgezündet hat. Na. Ah. So. Fütt den mal an. Genau. Ja. Schön ruhig. Mach ruhig. Alles gut. Mach ruhig. Mach ruhig. Ja. Super. 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 Das war jetzt die letzte auf dem Sortiment. Alles gut Schatz. Schönes Sortiment. Ja. Wirklich. Also muss ich sagen. Ja. Ein bisschen Cracking mit drin. Vollkommen in Ordnung. Also. Ich muss euch sagen. Ich muss euch sagen. Schau ich gleich mal. Das Lichterfest ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ist kein Flop. Ist komplett in Ordnung für das Geld. Haut rein.